Das Lora-Magazin Offen Ehrlich Overcore Das Lora-Magazin Herzlich Willkommen im Lora-Magazin, im Studio begrüßt sie Eva Schmidt. Noch weiß man nicht, woher sie kommt und man hat auch keine Ahnung, wohin sie will und vor allem, was sie will. Die Spekulationen über sie nehmen kein Ende. Die Rede ist natürlich von der Klangwolke, die seit einigen Tagen im Nordosten Deutschlands Verwüstungen anrichtet und Menschenleben gekostet hat. Meinem Kollegen Jürgen Pittag ist es gelungen, zusammen mit seinen Kollegen vom ORF, WDR und Radio Bremen in die Klangwolke einzudringen. Bei dieser gefährlichen Aktion ist der ORF-Reporter Konrad Schüssel ums Leben gekommen. Unser Jürgen Pittag erlitt schwere innere Verletzungen und musste tagelang auf der Intensivstation behandelt werden. Umso mehr freue ich mich natürlich jetzt, Jürgen, dass du wieder in München sein kannst und hier bei mir im Studio. Ja, hallo Eva. Hallo Jürgen, jetzt wollen wir von dir natürlich erfahren, wie es zu dieser Aktion gekommen ist. Die Klangwolke ist ja weiträumig von der Polizei abgesperrt und eigentlich habt ihr keine Berechtigung gehabt, diese Absperrung zu durchbrechen und in die Klangwolke einzudringen, oder? Ja, ganz genau so war es. Wir waren vier, nein eigentlich fünf, das war der Oliver Hirling noch vom RBB. Wir haben einen sehr guten Draht zueinander gehabt und wir fünf haben uns überlegt, wie man es denn schaffen könnte, in diese Klangwolke hineinzukommen. Schließlich wollten wir rausbekommen, was drin ist und das hat ja bisher noch keiner so richtig erfahren. Und naja, was war deine Frage nochmal? Wie habt ihr es denn angestellt, durch die Absperrung der Polizei zu kommen? Ja, das war eigentlich durch den Konrad, den Konrad Schüssel. Konrad war ein ganz gewiefter Fuchs, wenn es darum ging, Informationen zu bekommen und Verbindungen zu knüpfen und im konkreten Fall hieß das jetzt, es ist Geld geflossen an die Polizei. Okay. Ihr seid dann auf die Klangwolke zugegangen. Wie kann man sich das vorstellen? Es ist eine Wolke, aber nicht wirklich eine Nebelwolke im optischen Sinn. Nein, nein, das ist kein Nebel. Es ist ähnlich wie Nebel, etwa wie eine große, bauchige, haushohe Wolke, nur eben nicht am Himmel, sondern halt auf der Erde irgendwie. Und von dieser Wolke geht dann ein Klangwind ab. Ja, wir haben in den Nachrichten ja immer wieder von diesen zerstörerischen Frequenzen, diesen Klangblitzen gehört. Wie konntet ihr euch dieser Klangwolke unbeschadet überhaupt nähern? Ja, keine Ahnung. Sie war eigentlich ganz friedlich und des Nachts hat man dann einen Brummen gehört. Nee, eigentlich eher ein Schaben, ein ganz angenehmes Schaben, was so ein witziges Krippeln auch im Bauch erzeugte. Verrückt. Ihr seid dann in die Klangwolke hineingegangen, ins Innere. Wie war das? Wie kannst du das beschreiben? Ja, wenn man die Nebelschichten durchbrochen hatte, dann war drinnen alles klar. Da war kein Nebel mehr. Ganz im Gegenteil. Es war eine ganz, ganz, ganz klare Sicht. Man hatte das Gefühl, einfach in einem anderen Raum zu sein, in einer anderen Welt. Man war umgeben von einer Leichtigkeit, dass ich fast vergessen hätte, meinen Rekorder einzuschalten. Beschreib doch mal diese Klangwelt im Inneren. War das eine Musik mit Melodie und Rhythmus? Nein, das war keine Musik. Das waren Töne, das waren Klänge, das waren Geräusche. Ich hatte auch das Gefühl, der Hörvorrang findet auf einer ganz anderen Stufe statt. Irgendwie vierdimensional. Man bekam eine ganz andere, ja, ich würde fast sagen verrückte andere Wahrnehmung. Die Sinne schalten eigentlich in einen anderen Modus. Ja, so kann man es, glaube ich, beschreiben. Ein anderer Sinnesmodus. Das hört sich unheimlich merkwürdig an, aber auch schön, wenn du das beschreibst. Und man kann gar nicht glauben, wie das ein tödliches Ende finden konnte. Wann ist denn die Stimmung gekippt? Ja, also das war so. Ich hörte den Konrad noch sagen, hey Leute, hört mal da drüben, was ist das jetzt? Aber da waren wir alle schon sehr weit auseinander. Wir sind ja schließlich in verschiedene Richtungen gelaufen. Und ich hörte dann plötzlich eine wunderschöne Frauenstimme. Auch ein Text. Und dieser Text war aber ja so wie aus einer ganz anderen Zeit. Klingt irgendwie komisch, aber ich hatte hundertprozentig diesen Eindruck. Und ich verspürte eigentlich nur den Wunsch, das jetzt genauer kennenzulernen. Ich rannte dann los und bin einfach immer nur gerade ausgelaufen. Ja, auf einmal, auf einmal tat sich vor mir, ich würde fast sagen, der Boden auf. Und irgendwie wurde es auf einmal wahnsinnig hell. Und ich bin dann, ja, hingefallen und ich spürte ein unglaubliches Reißen in der Brust. Und dann, ja, dann dieser Blackout. Ich weiß von da an nichts mehr. Aber, ähm, ich, weißt du, ich würde wieder reingehen. Unvorstellbar. Jürgen, ich danke dir, dass du trotz dieser riesen Strapaze und Belastung gekommen bist und uns berichtet hast. Ein letzter Punkt aber noch, Jürgen. Ja, weißt du, da stehen noch ein paar Untersuchungen aus und ich bin da noch nicht ganz auf der Reihe. Naja, das verstehe ich. Gute Besserung dir und bis bald. Ciao. Wir machen ein paar Takte Musik und dann geht's weiter im Lora Magazin mit dem Thema BND Untersuchungsausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.